Willkommen zurück bei BILDNER TV. Schreibt ihr in Word auch immer wieder dieselben Texte oder kopiert sie euch immer wieder aus vorhandenen Texten zusammen? Das muss nicht sein. Legt sie euch als Schnellbausteine an und ihr habt sie immer zur Verfügung. Hallo, ich bin der Andi und heute möchte ich euch in Word wieder eine richtig coole Sache zeigen, nämlich die Schnellbausteine und den Autotext. Wozu braucht ihr die? Naja, stellt euch mal im Büroalltag vor, ihr schreibt in Word immer und immer wieder dieselben Sätze, dieselben Textpassagen, zum Beispiel weil ihr Reklamationen bearbeitet und dann kommen immer wieder dieselben Texte vor, die ihr verwenden müsst. Ihr schreibt die immer ab oder schreibt sie immer wieder neu oder kopiert sie euch aus vorhandenen Texten einfach raus? Das muss nicht sein. Ihr könnt euch die Texte alle bereits zurechtlegen und mit nur ein paar wenigen Mausklicks könnt ihr sie in Word einfügen. Das Ganze funktioniert übrigens genauso auch in Outlook und dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Das verlinken wir hier oben mal für euch. Denn wenn euch das für Outlook interessiert, dann schaut euch einfach dieses Video an. Ja, aber jetzt zurück zum Word. Wie macht ihr es? Ihr seht, ich bin jetzt hier mal schon im Word drinnen und ich habe hier so einen kleinen Text, den ich jetzt immer wieder mal brauche, der einfach auf unsere Bürozeiten hinweist. Dass wir nur von Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr besetzt sind, bla 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 und so weiter. Der Text kann auch beliebig lang sein, also ihr könnt auch da einen kompletten Gesetzestext abschreiben oder einen ewig langen Sermon wie zum Beispiel AGBs oder solche Sachen verwenden. Das liegt ganz bei euch. Nur zwei, drei Wörter oder ein ellenlanger Text. Schreibt ihn, formatiert ihn so, wie ihr ihn gerne hättet. Achtet, dass er richtig geschrieben ist, dass die Satzzeichen stimmen. Und wenn ihr alles so habt, wie es sein soll, dann markiert ihr einfach den von Anfang bis Ende. Dann habt ihr unter dem Register Einfügen auf der rechten Seite den Punkt Schnellbausteine. Wenn ihr dieses erste Mal verwendet und ihr klickt da drauf, dann seht ihr, dass hier eigentlich noch nichts drinnen ist. Da gibt es noch so Punkte wie Autotext und Dokumenteneigenschaften, aber die interessieren uns jetzt nicht. Wir wollen das einfach als einen Schnellbaustein hinzufügen. Und da nehmt ihr den untersten Punkt Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern. Also wichtig, ihr müsst den Text zuvor markiert haben. Ja, und dann klicke ich auf diesen Punkt, Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern. Dann kommt noch ein kleines Fenster. Ihr könnt dem Ganzen jetzt einen Namen geben. Ich nenne das jetzt mal Bürozeiten. Ja, und dann braucht ihr eigentlich nichts mehr einzustellen. Ihr könnt das alles so lassen, wie es ist. Ihr könnt das in einem speziellen Katalog abspeichern. Da gibt es verschiedene Kataloge, zum Beispiel für Kopfzeilen, für Fußzeilen oder wenn Seitenzahlen eingefügt werden. Aber lasst es einfach in den Bereich Schnellbausteine. Dann gibt es hier Kategorie. Da gibt es am Anfang nur die Kategorie Allgemein. Kategorien machen nur Sinn, wenn ihr sehr, sehr, sehr viele Schnellbausteine habt. Dann könnt ihr dir zum Beispiel die Kategorie Gesetzestexte oder Hinweise oder rechtliche Hinweise, wie auch immer, könnt ihr euch da erstellen. Aber das orientiert sich erst, wenn ihr wirklich so 20, 30 Schnellbausteine verwendet. Dann, es gibt noch das Speichern in. Da lasst ihr auch das Building Blocks. Da gibt es nämlich noch die Normal, das ist die Vorlage, die Normalpunkt dort. Aber lasst einfach das Building Blocks. Und auch bei Optionen nur Inhalte einfügen. Das bedeutet, wenn ihr den Schnellbaustein einfügt, dann wird das einfach an der Ort und Stelle, wo ihr seid, wird einfach nur der Inhalt eingefügt. Und das genau wollen wir eigentlich. So, einfach nur auf OK. Ja, der Schnellbaustein ist gespeichert. Und ich lösche jetzt mal meinen Text raus. Und ich lasse mal schnell ein bisschen Text erzeugen. Das ist ein kleiner Befehl, der einfach ein bisschen Text schnell darstellt. So, wir haben Text geschrieben. Und jetzt brauche ich meinen Hinweis. Ja, und jetzt braucht ihr eigentlich nur noch auf Einfügen gehen, auf Schnellbausteine. Und dann seht ihr, habt ihr hier oben schon den Schnellbaustein Bürozeiten. Da seht ihr auch sogar den Text in klein abgedruckt. Nur noch draufklicken. Und schon wieder eingefügt. Ja, das erspart euch viel Tipperei. Ihr seht, das Ganze rentiert sich vielleicht nicht unbedingt für so Abkürzungen wie mit freundlichen Grüßen oder herzlich willkommen oder für sowas. Finde ich es eher umständlich. Aber wenn ihr längere Textpassagen habt, dann ist das eine echte Hilfe. Ja, noch zwei, drei Kleinigkeiten dazu, die euch das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen können. Ihr könnt das Ganze noch ein bisschen schneller einfügen. Und zwar, ich gehe wieder ins Word. So, nochmal der Hinweis. Zum Einfügen bin ich ja vorher auf das Register Einfügen und dann auf die Schnellbausteine gegangen. Wenn ich aber den Namen von diesem Hinweis, von diesem Schnellbaustein, den ich jetzt erstellt habe, weiß, dann kann ich einfach anfangen. Ich schreibe einfach Büro Z. Ich muss nicht mal zu Ende schreiben. Und dann drückt ihr einfach die Taste F3. Und schon. wird das Ganze eingefügt. Also ihr müsst nur den Namen von eurem Schnellbaustein wissen. Wie habt ihr das Ganze genannt? Welchen Titel hat das Ganze? Dann müsst ihr nur anfangen, einen Teil davon zu schreiben und die F3-Taste drücken. Und schon, schwupps, ist das Ganze eingefügt. Ja, das war es eigentlich schon fast. Aber es gibt immer wieder ein bisschen Verwirrung. Es gibt nämlich in Word noch eine Funktion, die ist bereits seit uralten Word-Zeiten bekannt. Die nennt sich Autotext. Im Prinzip ist es genau dasselbe. Ab der Version 2007 sind diese Schnellbausteine hinzugekommen. Und eigentlich sind Schnellbausteine und Autotext fast das Gleiche. Es gibt ein paar technische Unterschiede, die jetzt die meisten aber eher nicht interessieren. Aber der Autotext hat gegenüber den Schnellbausteinen noch einen Vorteil. Und den möchte ich euch auch schnell zeigen. Wie erstellt ihr so einen Autotext? Nun, es funktioniert ganz genau identisch. Und zwar, wir schreiben mal, machen wir es mal so, dass wir jetzt mal uns mit freundlichen Grüßen So, jetzt habe ich hier so einen Text, den möchte ich auch gerne immer wieder einfügen. Wir markieren das Ganze wieder. Dann gehen wir oben wieder auf das Register einfügen. Ihr geht auch wieder auf Schnellbausteine. Und als Schnellbaustein würdet ihr einfach nur hier unten Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern. Soll das Ganze jetzt aber ein Autotext werden, was im Prinzip das Gleiche ist, dann geht ihr auf Autotext und wählt da den Punkt Auswahl im Autotextkatalog speichern. Und hier gebt ihr einfach den Namen ein. Drei Zeichen reichen nicht aus, deswegen mache ich hier mal ein bisschen längeren Namen. MFG Bildner. Ja, den Rest lasst ihr einfach wieder im Katalog Autotext. Und ein technischer Unterschied für die, die sich in Word schon ein bisschen besser auskennen, das Ganze wird in meiner Vorlage normal gespeichert. Das kann den Unterschied machen, wenn ich zum Beispiel mir eigene Vorlagen erstelle, die ich dann auch extra abspeichere. Dann kann ich zum Beispiel diese Autotext-Einträge auch nur in der entsprechenden Vorlage abspeichern, dass ich die nicht in jedem Word-Dokument zur Verfügung habe. Wenn ich zum Beispiel eine Vorlage für Reklamationen erstelle, dann mache ich die Autotext-Einträge nur in der Vorlage für meine Reklamationen. Dann habe ich die nicht immer. Ja, aber der eigentliche Vorteil vom Autotext ist, dass ich den auch dann schnell einfügen kann. Ich bestätige das Ganze jetzt mal mit OK. Und ich werde jetzt sagen, wo ist der Unterschied? Ja, bis jetzt gibt es keinen zu den Schnellbausteinen, so gesehen. Löschen wir es mal raus. Und wenn ich jetzt ein bisschen was geschrieben habe und ich möchte das Ganze jetzt einfügen, kann ich wieder über das Register einfügen gehen? Schnellbausteine. Nur jetzt muss ich noch auf Autotext gehen und hier steht jetzt dieser Autotext. Ihr seht, das funktioniert nur mit einem Punkt weitergehen genauso. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja toll, was ist da der Vorteil dran? Ja, der Vorteil ist, ich kann nämlich beim Autotext einfach nur den Namen tippen und muss nur noch mit Enter bestätigen. Also nicht mehr das mit Namen und F3, sondern einfach Namen schreiben und mit Enter. Dann habe ich ihn auch eingefügt. Ich zeige es euch mal. Also ich fange einfach an, MFGB, weiter schreibe ich mal gar nicht. Und ihr seht, er schlägt mir jetzt hier oben schon vor, mit freundlichen Grüßen, Andreas von BildnerTV, Eingabetaste drücken, um einzufügen. Ja, und ich muss nur noch mit der Eingabetaste mit Enter bestätigen und schon ist das Ganze drinnen. Wo ist der Riesenunterschied, ob ich jetzt anfange, den Namen zu schreiben und drücke F3 oder drücke Enter? Nun, der Unterschied ist einfach eure Vorliebe. Viele, die noch aus den Office 2003 und älteren Zeiten kommen, ja, die kennen vielleicht den Autotext und nehmen den lieber her. Ansonsten kann ich das mit den moderneren Schnellbausteinen genauso regeln. Im normalen Praxisalltag besteht kein großer Unterschied, ob ihr jetzt Schnellbausteine oder den Autotext verwendet. Im Technischen liegt das Ganze dann eher, wo wird das Ganze abgespeichert. Die Schnellbausteine werden in einem extra Katalog gespeichert, der dann immer für das komplette Word zur Verfügung steht. Und mein Autotext, der wird normalerweise in meiner Vorlagendatei gespeichert. Und wenn ich jetzt eine extra Vorlage erstelle, dann habe ich natürlich diesen Autotext nur in der jeweiligen Vorlage. Das wäre dann der wirklich technische Hintergrund. Aber für 90% der Benutzer, denke ich, wird das keinen Unterschied machen. Ja, ihr findet alles rund um das Thema Autotext und Schnellbausteine findet ihr natürlich in unseren beiden Büchern im Grundlagen für Einsteiger und im Profi-Wissen für Anwender. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und da habt ihr dann das Ganze, wenn euch das mit den Vorlagen interessiert, alles nochmal genauer beschrieben. Bleibt natürlich noch eine Frage. Jetzt haben wir so Textbausteine erstellt, aber irgendwann brauche ich die vielleicht nicht mehr oder ich habe mich vertan, habe Fehler gemacht und möchte die rauslöschen. Wie kriege ich sie weg? Naja, nichts einfacher als das. Ihr geht dort an denselben Punkt. Und zwar, ihr geht auf Einfügen, auf die Schnellbausteine und dort gibt es den Organizer für Bausteine. Den klickt ihr an und lasst euch da jetzt nicht abschrecken, ihr habt jetzt hier alle Bausteine, die es in Word gibt, aufgelistet. Dazu gehören nämlich auch so Sachen wie Deckblätter oder verschiedene Formeln oder Vorlagen für Kopf- und Fußzeilen. Aber wenn ihr zum Beispiel schaut ganz oben im Katalog Autotext, hier steht mein MFG Bildner. Ich müsste das nur anklicken und jetzt einfach löschen. Und zack, noch mit Ja bestätigen, dann ist der Baustein weg. Und genauso findet ihr auch euren Schnellbaustein. Den findet ihr unter S. Ihr seht hier unter Schnellbaustein, im Katalog Schnellbaustein, sind meine Bürozeiten gespeichert. Wenn ich die anklick, sehe ich die auch und kann sie noch löschen. Ja, was ist, wenn ihr sie einfach nur bearbeiten möchtet? Das geht so leider nicht ganz einfach, weil hier könnt ihr nur die Eigenschaften bearbeiten. Wenn ihr euch jetzt auch im Text verschrieben habt, ihr möchtet den Text abändern, die Bürozeiten haben sich geändert, dann löscht einfach den vorhandenen Autotext-Beitrag raus, schreibt ihn nochmal neu und legt ihn wieder als neuen Baustein an. Ja, das wäre eigentlich schon alles zum Thema Schnellbausteine und Autotext gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da. Den Link zu unseren Büchern findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dann, euer Andi. Ah, und das Wichtigste, abonnieren nicht vergessen.